Ich habe übrigens ein ultraschönes Video für dich. Okay, Alex, welches denn? Kannst du mir gerne schicken, dann können wir uns das angucken. Was ist das denn? Was hat Alex mir dann geschickt? iRacing Not Top 10 Clips im Dezember. Ah ja, das klingt ja schon wieder gut. Also, dann gucken wir das mal kurz uns an. iRacing Not Top 10 Highlights. Was ist das denn, Alex? Okay, es geht gut los. Dreck kurz. Ach nein. Ach nein. Oh, man. Mate, eject. Eject. Really, come on. You're blocking me. You're literally Austin Powers in it. Oh, ich geh kracht, Alter. Nein. Nein. Nein! Mager ist das wild! Oh Gott, ich geh kaputt, ey! Hahaha! Oh, Mann! Ey, only ein Monster, ne? Es ist halt so ein typisches Monster-Ding. Hauptsache, einfach erstmal... ...jüt! Was zum Kuckuck! Oh, oh! Oh, lol! Und der ist doch noch synchron! Hahaha! Hahaha! Oh, oh, oh! Nein! Oh, Mann! Oh mein Gott, da kannst du dich aber auch echt verbuddeln gehen danach. Nein! Wie er selber noch dabei lachen muss, Alter. Okay, das ist alles richtig. Wenn er noch selber lachen muss, ist alles gut. Ha 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 ha! Warte mal, ist er jetzt einfach geradeaus durchgefahren? Wie geil ist das denn, Alter? Das ist ja richtig gut. Oh, Peter Cox! Mein Mann! Peter! Gleich nicht mehr. Peter hat so viel Pech, Alter! I don't know. Okay, das ist mal nicht Peter, Alter! Du, er will Rear End und dann klatscht dir einer in der nächsten Kurve rein, Junge. Oh, ich geh krachen. Oh, was ist das? The fuck? Was für Puckuck ist das? Was hab... Was hab ich verpasst? Was hab ich verpasst? Nein! 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 Die sind so über die Ziellinie! Ich geh krachen, Alter! Er ist hier Dritter geworden? Im Seitenverkehr? Ha 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 ha! Wie geil, Alter! Oh mein Gott, was ist die? Oh, no, GT3s, haven't even got it. Yep. Go, GT3s, we gotta go! The Peace Corps is here! Check out, check out, check out. Everybody, check out. Peace Corps, editor. Go! Alter, oval mit LMDHs? Ich glaub, aber das ist anders mental. Oh mein Gott. Was ist mit ihm, Alter? Tu de Mun, Junge. Oh mein Gott. Guck dir das mal hin. To the moon! Nein, jetzt haben wir nicht gekonnt. WA! WOW! Was? I think we found the limit of chaos we have gone we have gone into the event holy shit you're sorry I have become crab this is going to be a drop raise to my point the answer to your question yes do this have a big red button this I have never been this can you click your button the whole way the whole front nine wow what 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 the fuck me could I do it was Guck dir das an! Fresh avoidance, Level 9000 Hohohoho, what the fuck? Ja, das ist ja richtig geil Ich verpasse sowas leider immer, ne? Ja Ha! Ha, 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 ha Okay, Alex, du hattest recht. Das war ein sehr, 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 sehr schönes Video Ohhh, man ey, wie geil Uff Wild oder ist ja wirklich anders will ich bin nur für sr hier aber ich glaube da kriegst du keine sr in dem rennen